Nach einem Autounfall auf der Heimfahrt von einer satanischen Messe entwickelt Lila, eine Tochter aus reichem Hause, seltsame Verhaltensweisen. Macht euch keine Sorgen, sie erholt sich von ihrem Schock. Sie hat ein leichtes Schädel-Hirntrauma erlitten, nichts Ernstes. Sie sollte ein paar Tage zur Beobachtung hier bleiben. Danach sollte sie ohne Probleme nach Hause können. Hör mir doch zu, Lila! Hör mir zu, mein kleines Mädchen. Sie ist nicht mehr dieselbe. Und wie hat sie sich verheirrt? Sie rebelliert gegen jeden. Manchmal bleibt sie tagelang weg und sie sagt uns nicht, wo sie war. Ihre besorgte Stiefmutter bittet dem befreundeten Pater Dunning um Hilfe. Pastor, welche Überraschung. Ja, es ist ein bisschen seltsam, dich beim Schwimmband zu treffen. Trotzdem, ich freue mich sehr, sie zu sehen. Meine Arbeit hält mich sehr gut auf Trab. Die Nachforschungen, ob Lila wirklich vom Teufel besessen ist, führen den erfahrenen Exorzisten zu einem mächtigen Dämon, das Macht grenzenlos zu sein scheint. Ich will da die Hilfe nicht! Ein klassischer spanischer Erotik-Horrorstreifen mit dem Genre-Stars Maria Kosti und Paul Neschi. Von Regisseur Juan Bosch aus dem Jahre 1975. Die Nacht des Exorzisten. Die Nacht des Exorzisten.